Ma, wo ist denn eigentlich Hubert? Hubert! Mensch, der Kaffee wird doch kalt. Was? Der Hubert ist schon im Wald? Was macht der denn da? Wahrscheinlich, versteht der gerade mit George Clooney, der Ostereier. Ostereier? Um diese Jahreszeit? Also meine liebe Martha, ich glaube, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank wahr. Aber du, bei mir ist doch alles an der richtigen Stelle. Das hat auch der George Clooney letzte Nacht gesagt. Die Kaffee, das hängt ja wirklich kein normaler Mensch mehr mit dir aus. Ach, du bist doch nur neidisch. Hättest du 180 Stunden mehr auf deinen Riffen, würde dich der George mit Sicherheit auch mal nackt auf seinen Beugen tragen. So, und jetzt ist Schuss. Hubert, komm endlich. Ein Schreiber aus, so ein Scheißer-Kopf-Sieg. Und der Otto-Maria-Hunig-Bund-Bund. Oh, Doktor sind Sie? Ja, Ornithologe-Logen. Ach so, einer, ja, nee, den brauche ich nicht. Und drum wünsche ich so. Und was machen Sie, mehrige Frau Frauen? Ich bin Vertreterin für Damenunterwäsche. Oh, das sind Sie ja die beste Werbung für Ihr Geschäft, meine Damen und Damen. Finden Sie? So soll ich Ihnen mal was zeigen? Ich weiß nicht, ich bin doch noch ein Jungfrau Frauen. Aber das kann man doch ändern. Sie sind doch ein Mann. Ich habe schon länger nicht mehr nachgeschaut, schau. Aber Sie sind nicht Verkernerung, oder? Nein, nein, ich bin katholisch-tholisch. Nein, das meine ich nicht. So mit der Fortpflanzung, da kennen Sie sich doch aus, oder? Natürlich, das kenne ich aus der Natur. Das ist ein ganz einfachfach. Aus der Natur auch so? Natürlich, Selbstbestäubung, Stäubung. Oh, Selbstbestäubung. Oh, okay. Dann muss ich bei Ihnen ja bei den Blümchen und Wimchen wieder anfangen. Oh, mit Vögeln, er will lieber lieber. Ich habe das sauber erkundet, habe, weil wir zwei, wir zwei, wir sind nämlich, wir sind vom Film, vom Film, wir zwei, wir sind vom Film, vom Film, vom Film. Ja. Das habe ich mir gleich gemacht. Sie sind bestimmt der Herr Schisser. Hä? Die Herr Schisser? Der, der, der hat das Freiburg. Äh, gestatten, guck schnüffeln. Guck schnüffeln. Ja, das stimmt. Also, Sie haben wirklich einen Mordsrüssel in sich. Mein lieber, Herr Johannes. Ähnlich, ähnlich bin ich daheim. Ich habe schon gedacht, ich überlebe es nicht. Was ist denn mit Ihnen? Passieren Sie zu der Traktur gekommen? Oder haben Sie Tartzei getroppt? I mean, are you coming from the Dschungelbuch? Ich habe versucht, einen Streetacker zu fangen, fangen. Ich laufe also durch den Wald und ruf mehrmals Miau, miau, weil ich es im Gebüsch rascheln höre. Okay, das war Film, das war Film, das war Film, ja. Ich habe also meinen Kescher genommen und das Tier gefangen, fangen. Was für eine Tür war es denn? Nein, das war ein Wildschwein. Das Vieh, das Vieh hat mich durch den halben Wald geschleift. Oh, wolltest du dich denn nicht für mich das mal setzen? Ach ja, ich dachte, ich sitze schon. Ein Kescherbinder, der alles hält, was man hineinschleift. Ich habe mich durch den halben Wald geschleift. So viel, was machst du denn hier? Ich glaube, jetzt verliert häufig großer Wasserkopf seinen Kopf. Wer ist denn das, Upsi? Das ist meine Frau. Oh, deine Frau? Ich denke, du könntest verlassen. Verlassen? So viel, es ist alles ganz anders, als du denkst. Ich bin ein Indianer. Ein Indianer? Von welchem Stadt? Von Stadt der Asien unter uns? Wo ist das? Ja, unser Anfang. Jetzt, ich bin ein Mann. Hau, 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 hau! Hau, 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 hau! Und sowas mit dem Eich-Film-Spiel, hast du es mir lebt, wie du es dir? Hey, zum Tränen-Futze, hey, weg bitte! Mensch, Mensch, Jung hat den Koffer hier hingestellt, mit Fubert! Ich wasche meine Füßchen unschuld. Also, ich weiß nicht, ob ich weiter- Der ist weg! Freunde, jetzt ist der Schluss mit Lustig. Jetzt geben wir hier ein Horrorfilm. Da geht es Frankenstein im Kinderfilm. Sie und Ihre Schwester, da kommen wir mir bekannt vor. Welche Schwester? Ja, in deinem Leben, wie wir ihn sitzen. Geht sogar wohl scheiße. Geht sogar wohl scheiße. Einen Kuss, also ich meine, einen Kuss, den kannst du schon mal bekommen. So, jetzt sind wir verlobt, glaubt. Was? Damit hast du dich schon ausgetrunken. Oh, ja, was? Wir spielen heute in den Jahren. Wir haben die Unbi-Welt-Welt. Ohne, dass du heute das hier. Hast du die Produkte in der Welt in die Leben? Steine in den Macht der Bar. Ohne, dass du das, das du hast, in die Welt in die Leben? Wir haben die Unbi-Welt-Welt. Weiram den Weg in die Welt. Ohne, dass du das, das du hast, das du hast. Vielen Dank.